einen wunderschönen serz und hallo heute zum 148 notizblog gestern war die buddy holly premiere heute mittag habe ich erst das video von gestern eingestellt weil doch der tag heute ein bisschen vorbei ist nicht mehr wahnsinnig viel passiert ich war gerade das erste mal seit einer ewigkeit einkaufen weil ich in dieser probenzeit das ist dann schon schon fast die ganze zeit am theater bin ich habe ich einfach nie zu hause gegessen und habe jetzt nichts da gehabt jetzt war ich einkaufen und jetzt werde ich gleich wieder los und dann saß ich gerade da und da waren wir gerade ein bisschen danach ein bisschen was zu spielen bisschen musik zu machen noch kurz bevor ich wieder rausgehen schöne sonne herbst sonne und da dachte ich das mache ich dort einfach zum heutigen notizblog und zwar hat mich der song american pie von don mclean der unter anderem auch über bar die holly handelt der hat mich als kind sehr sehr bewegt sehr geprägt auf eine gewisse weise und da habe ich mir jetzt hier wo ich hier war und jetzt so wieder hier bin mit bar die holly derjenige über den dieser song tat teilweise ist habe ich mir den song vorgenommen und habe da meine eigene version draus gemacht und die würde ich euch jetzt gerne vorgespielen also bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen.